was steht da ein gewolltes abgebrannt ok so ich denke ich muss mehr industrie bauen nicht genügend verkaufswaren weil die industrie einfach nicht arbeitet die machen sich ein schönes päuschen das heißt hier muss ein bisschen mehr industrie ausweisen das hat dadurch erreicht indem ich ein bisschen straße verbaue nach da so da kommt jetzt industrie ein bisschen mehr industrie darum kann auch noch ein bisschen industrie hin also ich bin eigentlich voll gegen industrie aber die junge denn es muss sein ich brauche verkaufswagen weil außerhalb des landes wollen sie anscheinend nicht importieren und irgendwie baut sich nichts aus und da habe ich keine nachfrage auf gar nichts ist ja blöd ist ja blöd ist ja blöd boah hier ist ein bisschen voran klatsch 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 welche stufe sind eigentlich die gebäude hier stufe 2 weil bestimmt die feuerwehr fehlt ich weiß es nicht welche viel freizeit auf jeden fall nein der park bringt nichts aber der hallo ja so was da letztlich der freund sich schon auch ein bisschen mehr nee ich muss ja alles vor der industrie bauen deswegen warte ich erstmal noch ein bisschen nach der klatsch sollten sich auch die noch mehr freuen die leute hallo freuen habe ich gesagt nee er wollte nicht er guckt jetzt noch was rein in your face your faces ach kommen leute freut euch ich baue hier ein bisschen freizeit so das sollte doch reichen hallo die freundlich gar nicht das ist ein bisschen komisch ich weiß nicht was los ist jetzt auf jeden fall mega stau wieso fahren sie nicht über die autobahn der fahrt natürlich über die autobahn aber recht wenige leute das ist ein bisschen schade ich habe so eine tolle autobahn angebaut und jetzt verwendet sie niemand ist alle stufe 5 dann da sieht natürlich super aus ja so jetzt muss ich warten bis irgendeine nachfrage auftaucht sondern kann ich ja nichts machen außer ihr paar verbande gebäude fern und man hier wird nix mehr produziert oder war aber was fehlt denn nicht genügend arbeiter sagt das ding wieso das denn kommen jetzt nicht zu arbeit sollte nicht das problem sein ich weiß gar nicht ja doch die autobahn ist ein bisschen verwendung hier auf jeden verfahren da schon ein paar leute über die autobahn aber nur ein paar ja so da muss ich nur mich hier müssen warten da vielleicht brauche ich hier ein bisschen u-bahn ein bisschen mehr u-bahn vielleicht da oben an den bauch ja gar nicht da ist ja schon u-bahn u-bahn station ist alles bereit so also wo könnte ich eine u-bahn zu machen also damit in das starten da unten das reicht doch vollkommen aus eventuell eventuell baue ich hier eine u-bahn station da oben vielleicht so ich weiß gar nicht komm mach ich einfach mal und ich habe eine super idee wie ich das mit der linie verlege so nein so dann noch da so das ist natürlich blöd das ist natürlich blöd das ist natürlich blöd ich denke doch ich denke ich weiter so machen oder 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 soll ich nie kommen nee 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 das geht nicht das geht nicht da das würde gehen aber es wird scheiße aussehen und aus der aus der theorie natürlich auch manchmal so entferne ich mal das ja auch so noch mal das ist so noch von hier nein nein neue linien zu fügen da hat ja da freuen sie sich doch hallo ja aber in die linie in die richtung eigentlich will das in die richtung geht ja will anscheinend nicht ja dann halt mich mal jetzt auch so die leute stehen da eigentlich an gar nicht nur so viele passagiere woche mehrere probleme ach kein wasser noch dazu ja ich habe da wasser vergessen das ist natürlich blöd da ich da kein wasser gebaut habe das heißt ich muss noch da so bürogebietchen verlegen klatsch 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 damit es anfängt zu funktionieren die station so jetzt muss ich einfach nur warten wenn jetzt eigentlich mit anderen stationen aus sind sie eigentlich guten verwendung sap 0 ja sieht gut aus sieht auf jeden fall sehr gut aus ja 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 hier hat die leute wollen auch gar nichts mehr wieso ihr müsst wollen jeder wunsch wird erfüllt jeder eurer wünsche ja 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 komm vielleicht habe ich spartier special gebäude ja einaldi mcdonald's habe ich auch was das wienert winter war also das ist ein teil der wiener bergstadt und das unternehmensparks von wiener und dieses gebäude bietet 100.000 quadratmeter office platz hat er wisst schon das muss auf das ist blöd aus das muss auf jeden fall hier oben wieder eingebaut werden sie gar nicht einmal so schlecht aus obwohl das naja ich finde die haben ein bisschen verkackt aber gibt es keine reflektionen so jaja haben sie auf jeden fall verkackt oder nicht so eine gute wie da bei dem gebäude aber die ist auch nicht so toll ja das sieht man nur ein bild da drin als ich jetzt so durchgehen was sieht denn der boss der boss sieht die ganze stadt nicht die ganze stadt aber recht viel von der stadt da ich hatte gerade im boss view die boss aussicht ist schon klar so was sind ja so schön dass die super gebäude so medizinisches zentrum was brauchen die denn bauen sie observatorium jeden projekt mit medizinisches zentrum hetero collider ja 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 hier ja ja ich würde das ja auch ein baunuz schickes einkaufszentrum ich versuche es mal zu bauen service es servicing services büro gebäude bauen sondern städtische dienstleistungsgebäude zeiten tag dazu ich brauchte gerade nein zählt nicht dazu jetzt brauche ich meine polizeien so ja das zählt das zählt auf jeden fall das heißt aber nicht abreißen was passiert dann die zweck ja das geht auf jeden fall weg vielleicht wahrstellen wir einfach was brauche ich hierfür mehr und wolkenkratzer bauen sie über hafen kathedrale des wohlstands bauen sie alle städtischen dienstleistungsgebäude dieses sagenhaftigkeit gerade preis die prächtigkeit der stadt offen für alle religionen anforderungen für den bau des projekts bauen seine städtischen dienstleistungsgebäude was fehlt mir das fehlt mir Müllverwanderungsanlage ähm kann ich ausschalten na kann ich nicht dann reise ich mal ab nein hör auf zu arbeiten ich wünsche dass du da arbeitest ah ich krieg das nicht hier mit dem hafen ich hab mir noch nicht angeholt wie das funktioniert ich denke dass du einfach auf dieser mal gibt es keine hafen oder so oder kann das nicht hin bauen wer weiß wer weiß ja blöd auf jeden fall noch 33 passagiere und hier ist 69 jajaja so also wie sieht es hier aus na ist schon gut aussieht schon gut aus fast stufe fünf einige gebäude ja ja einige sind immer noch auf der stufe drei am gammeln kann ja das passieren ja dass man gammeln bleibt habt ihr verstanden nicht decken bleibt sondern gammeln bleibt ach okay der war gar nichts der war leider gar nichts also dieser u-bahnhof wird auf jeden fall gut verwendet diese u-bahnstation meinte ich viele senioren sehr viele senioren bohr mehr als die hälfte jaja was gibt es noch was das in der gesundheit ja bestattungswesen sieht auch gut aus alles sieht eigentlich ganz gut aus aber die leute wollen irgendwie nicht einziehen was das vor sich hat ihre stadt kann in ihrer stadt kann zu brennen kommen in solchen fällen schickt die nächste feuer feuerwache ein löchfahrzeug los aber wie lange als zum einsatzort braucht hängt von der größe der straßen und den zustand des stadtlichen verkehrsnetzes ab bestimmt ja verbrannt alle gebäude einfach bei mir kriminalität sieht gut aus ist das hier freizeit ja 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 das hier alles in diesen distrikts ja sieht auch ganz gut aus so ich denke ich denke ich denke ich denke ich denke was hast du hier bildung das hier wohngebietsebene ja das meiste sind so stufe fünf gebäude hier industrieebene boah das sind immer so doofe farben wind ach wenn brauche ich nicht ich habe ja keine windkraftwerke mehr was ist das hier verschmutzung hier blöd aus so berathilfe okay was ich vergrößern wollte ich war hier dran so auf jeden fall ich denke hier mache ich leicht besiegt das wohngebiet im wieder mal ich denke das ist auch richtig so das heißt er muss eine straße ab abfahren ey er fährt von ab ja ja ich mach mal so ich mach es mal so dann so dann nach da und das hier nach der A zack so okay sieht natürlich ein bisschen blöd aus zumindest da oben das heißt es muss verbessert werden ich denke ich krieg das gar nicht richtig hin ja ich denke ich krieg das nie mehr wieder hin nein 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 also sind wir das gleiche vielleicht mache ich das an mit zwei einläufen so ja komm besser als gar nicht so okay dann mache ich hier so eine straße runter einfach mal hier so eine dicke straße runter dann mache ich hier so mache ich hier so zack lach dann zu dann zu Danach da Dann geht's hier so Einfach mal hier so Irgendeine ungerade Straße Damit es auch schön aussieht Wird natürlich Blödsinn Immer neben dem Zug zu wohnen Aber man gewöhnt sich dran Auf jeden Fall Ja komm so Okay also ich muss jetzt hier Gleichberechtigtes Gebiet ausweisen Alles Toll Gletsch 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 Los Leute zieht da hin Ihr wollt doch da wohnen Hallo Ah ich hab das falsch ausgewählt Äh so Na ist da was weg Auf jeden Fall So Okay Das sieht doch schon mal super aus Das sieht doch schon mal Oh hier fehlt eine Polizei Feuerwehr Ah ich mach kleine Feuerwehrpolizei Und so Hier muss ja nichts so Megagroßes hin So Feuerwehr Ich hoffe doch das kleine reicht Vollzeit Und Bei einer Praxis Eine Arztpraxis Oh Hier fehlt der Stromanschluss Eieieiei Da verlege ich den mal schnell Hier direkt übers Wasser Gletsch 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 Jetzt wird noch das Wasser Das Röhrchen runter Damit Sub Straße entlang Straße entlang Bam Bam Okay Dann muss ich jetzt ja eigentlich alles ausweisen Mal mit Wasser Ich hab gedacht Ich hab eigentlich nichts gedacht Ach ja Ach ja Passiert So Okay Sieht doch gut aus Nein Jo Jo Nein hier Gletsch So Okay Naja Dann Hier Hier noch ein bisschen So jetzt Das Wasser Aber auch Wirklich fertig Jetzt Ja Jetzt Ja Bewässert Jetzt fehlen hier noch Parks Und so Ach Der Strom Fehlt Jetzt Sind noch Parks Leute Wieso Habt ihr euch nicht Da gebaut Also Ein Gebäude Schon Ein Typisch Schlau Wie brauche ich das denn da so So Mal jetzt schade dass man nicht so ziehen kann Das ist wirklich schade So Das reicht denke ich mal fürs erste Ja die haben auch keinen Strom die Parks Eieieiei Komisch verlegt man auch ne Leitung Durch die Mitte Nein Blöd Ah ne Strom sollte da sein Okay Okay da bauen sie schon die weiteren Gebäude Sieht da so ein billiger Scheune aus Die Akelei Residenz Die Birken Residenz Da sieht nach nem Stufe 4 Gebäude aus Sag ich auch mal Sims Kenntnissen Aber nein Stufe 2 Ist klar Ist klar Ist klar Ist klar Wenn das schon Stufe 2 ist Da weiß ich nicht was Stufe 1 ist Oh jetzt schon Stufe 1 Oh Garne schnell gesunken Alle wurden nach hier umgezogen Ne noch nicht Immer noch die Alten dummen Themen vorkommen So Also Ja da habe ich das ja auch so ausgewiesen Da muss ich nur noch warten Meine Zeit wird schon geben wie es ist Ist eigentlich mit der Polizei und so aus Ah da unten gibt es nix Keine Feuer Wache Ne Kein Krattenhaus Ah man Ich denke ich baue doch das große Die großen Sachen Big Daddy Ey So Oh Ein bisschen zu viel abgerissen denke ich So Oh Doris passt hin Super Feuerwehrhaus Hallo Da bist du Super Das passt super hin Hallo Ne An der Seite Hab keinem bock Ich hab gar keine Einfachen An der Seite Quätzig Halt Und dann hier Ein paar Kämaturien Kämaturium 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 Ja komm, wir Stück sollten reichen Okay, dann gibt es ja auch alles, was man so braucht Ja, dann sollte ja hier auch der Distrikt wachsen, langsam Ich hoffe doch, es kommen genug Autos Hier rüber, oh, nee, ah, falsch gedreht Hier ist der Automann Ausfahrt oder so Dann fährt man in die Richtung, dann dreht man hier um Und danach kommt man erst runter, okay Ist zwar ein kleiner Umweg, aber er wird's schlohen Also wie läuft das, man fährt hierhin, nach da und danach Ja, kann man umdrehen, ja, ja Ja, ja Ja, Recycling, ja, 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 ist schon klar Okay, ja, Recycling ist ein wichtiger Schritt dabei Unsere, unseren Einfluss auf die Natur und die Umwelt zuzugeben Reduce, car, bonf, out, print oder so Output, oder? Outprint Okay Ich habe schon recht viel Kohle verbraten hier für die ganzen Bauprojekte Schon fast eine Mülle Nein, ich bin arm Ich habe eine Mülle verbraten Ich habe eine Mülle verbraten, ich bin arm Vielen Dank.